Willkommen zurück zu Among Us. Ich bin jemand bei einem Sin in der Lobby und wir spielen das Geld. Und ich bin Crewmate und wir haben den ersten April heute. Deswegen ist heute alles verkehrt Warum? Die haben die Map gespiegelt. Die Karte haben nicht gespiegelt, das folgte. Nur die Map. Man nach seinen Tasks auf der Karte sucht, muss man sich im Kopf umdrehen, muss man gucken. Also wenn ich jetzt zu Navigations will, dann muss ich nach rechts drauf und auf nach links und da werde ich anmodet. Ja, dann kann ich die Map frei erkunden. Sehr schön. Wie ihr merkt schon, die altbekannten Räume. Navigations ist jetzt auf der linken Seite statt auf der rechten. Der Reaktor ist auf der rechten Seite statt auf der linken. Ja, sehr schön. Ich habe einfach nicht genügend Mitspieler gefunden, deswegen spiele ich hier ein Karma-Lifte-Game. Oha. Kammer ist die Bitch. Okay. Wessen Körper wurde entdeckt? Okay, sie diskutieren und wo ist oder was? Ah, wo war das denn? Ich habe mich mit dem OMS und Kami. Ob Ende zu Toppenter und Imposter, ein sehr kreativer Name. Moniz 2001, Karma und einmal Red und mich natürlich. Und ich habe es verkehrt herum. Vorgespielt am Moment. Hat keiner was gesehen. Rabigäft. Ist der Imposter und noch drin? Der 2 Imposter und noch zu 10 spielen wahrscheinlich. Sind beide Imposter noch drin. Dann wird es in der nächsten Runde vorbei sein. Es geht schnell mit Randoms. Okay. Ganz verwirrend hier die Map. Set man als Verkehrsherum. Ich muss gucken, dass man das leften alle. Lächste Runde vorbei. Lächste Spiele geschafft. Sind die eigentlich nur die Imposter da? Ne. Kennen die eigentlich nur noch. Es ist halt hier und man versucht halt irgendwie. hier. Die können sich auf die Karte eigentlich nicht verlassen. Jetzt habe ich Navigations. Wenn ich jetzt nach hier laufen, dann bin ich auf der Map. Das Reaktor. Man muss mal den Kopf umdrehen. Okay. Ähm. Das Reaktor ist links. Also muss nach links. Nach rechts laufen. Das Reaktor muss nach links laufen. So. Ich nehme es heute am 1. April auf. Weil es wahrscheinlich morgen auch nicht mehr. Spielbar sein wird. Und weil es nun. Imposter. Imposter und Kameran. Imposter. Okay. Es ist eine erste April. April Scherz. Sache. Und im Titelbildschirm steht auch drin. April Fools. Und wir haben das Geld. Gespiegelt. No. Den April Scherz finde ich doch eigentlich ganz lustig. Hat doch ein Spielspaß hier. Mit den Leuten die Map gespiegelt stattfinden zu lassen. Es wird dauernd. Zu schnell. Nächste Runde. Ich bin Imposter. Zusammen mit Don't Touch. Okay. Durch mein Taskfälschchen gehen. Oha. Es ist verwirrend. Das ist jetzt auch links. Und. Ihr kennt ja die Räume. Es ist ja das. Machen wir mal Licht aus. Das Licht ist aus. Weg geht. Daraus. Ähm. Was. Oha. Eine Leiche. Ich wende es mal lieber weg. Für den anderen Imposter nicht. Ich. 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 Jemand. Irgendwas gesehen. Ich. 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 weiß. Don't touch. Aber. Ja. Ich. Ich. Was. Nicht. Also. Was. Meine. Poste. Kollege. Oh. Visible. Boots. Tja. Schwierig. Es hat. Random. Spielen. Es hat. To. Imposter. Remain. Ah. Toils. Ich. Hier. Fest. Man. Muss. Nur. Mal. 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 Gesucht. Stimme ich mal. hier hin. Mal. Reaktor. Wer ist es da drüben. conclude. field condition. Which. adı. können sind ja noch mit drei elektrische sitzt verkehrt herum das ist ja schon hart noch eine kürzung das muss man mit denken dass man sehr schön das machen ist relativ kurz die wartezeit hier wo war es hat jemand was gesehen ausgebotet wurde gesehen und kems wahrscheinlich wenn kems sehen lassen schlecht gespielt sind wir doch noch die runden sind hier vergleichsweise kurz mit den beiden 1 let's go so dass sie sich nicht begeben bewegen können natürlich einfach dass man sich bewegen so wie ich es verstanden habe navigations jetzt hat das gehen es war immer tot ja offensichtlich getötet und ist das war auch vor den augen von grün das war ein schlechter kill ja kann man jetzt nicht leider schreiben das spiel vorbei ja wo ist denn der reaktor jetzt ist das wenn jetzt hier sterben das ist natürlich der map nicht zu vertrauen wahrscheinlich wegen der luft gekillt sehr schön in runde 4 afrikans reden wir nicht auf englisch bitte das beginnende stieß zwei und elke die poste bei sieben acht leuten ist das schwierig ok und zu sabotieren muss man erst mal hinfinden Die Sabotage künftariert zu machen, ob Engine, Mad Bay, ein bisschen was zuschließen. Ich dachte, der Wand wäre dort hinten, das ist auch schwer mit den Vans. Auch schlecht. Hier traue ich mich nicht raus. Da hat sich irgendjemand gesehen. Verdammt. Verdammt. War ja klar, dass das nichts bringt. Und wird auch noch gleich angezeigt. Das haben sie auch nicht verdeckt. Gut. Wo ist mein Posterkollege? Ist auch noch im Spiel. Ja, muss ja irgendwie. Sonst fährt das Spiel vorbei. Ah, hier ist L. Kann man irgendwas für dich tun? Licht ausmachen. In dem Posterwischen ist ziemlich gut eingestellt. Gehst du nicht fixen. Gehst du nicht fixen? Was macht er dort? Ist nicht von den Augen von anderen Killen. Jetzt nicht hier. Nein. Das ist eine blöde Idee. Nehmen wir es nicht aus. Gibt es vielleicht so eine Chance. Das war jetzt blöd. Da wurde gesehen. Tja, was macht er jetzt? Ja, blöd, blöd, blöd. Ja, blöd, 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 blöd. Der hat sich nicht beschweren. Genau so. Blutimposter? Das ergibt jetzt gar keinen Sinn. Jetzt wollten sie nicht. Oha. Und was hat Lila gemacht? Nicht gewartet. Der hätte jetzt blau oder Cyan auswählen können, hätte jetzt die Chance gehabt. Machen wir mal ein bisschen Alarm, Alarm, und da ist ja der Rektor jetzt. Müssen sie mal hier rüber, oder sterben. Ich bin wohl geläftet, oder was? Ja, gut. Ich gehe hier nochmal in Freeplay. Und ziemlich langsam. Autogeschwindigkeit eingestellt. Wir haben hier Dummies drin. Ja, das war die gespiegelte Map. Zum ersten Apul, als Apul-Scherz, habe ich es euch mal gezeigt. Da haben sie halt alles gespiegelt. Elektrikel ist auf der anderen Seite. Und auch in sich gespiegelt. Aber das Verwirrende ist halt, dass man die Map hier nicht sieht, wenn man halt hier jetzt für Admin raus will, dann muss ich dann gucken. Nicht nach rechts, sondern ich muss jetzt glaube ich nach links. Ja. Dann muss man ein bisschen nach links, und dann muss ich hier hoch. Also wenn ich mit der Map laufen, ist ein bisschen schwierig. Ja. Okay. Wenn ich noch umsatzig gefallen habe, lasst ein Abo da. Und man sieht sich. Haut rein. Ciao, ciao. 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 Ciao.